Oh, leck. Gibt's halt meine Knifte noch? Dock ich mir so auf die Klöten, mein Freund. Der so ein Ar so bekloppt ist wie er. Oh. So, mal hier. Ein Polaroid mit einem Bild eines Jungen. Dem Sohn der Ratte. Im Teenager-Alter waren wir doch alle irgendwie Rebellen. Oh, leck. Na, ich geh gleich. Lass mich hier in Ruhe. Wenn's schon wieder ein Mega-Jump war. Ich will dir, wenn das, was sie tun. Chaos gewinnt bei einem Meilen. Ja, Mann. Da ist doch manchmal nicht drauf. Ich trau dir eine ganze Konstruktion hier nicht. Oh, warte mal, warte mal. Was passiert jetzt? Ich glaub, das Ding jetzt müssen sie mitziehen. Oder? Ich schieße einfach mal drauf, da seh ich, was passiert. Genau. Fahrt wieder runter. Wollte ich das Ding da einfach mal mit hoch. Das ist ja am... Und zieh das mal schön hier drauf. So. Packt die Gebrügler wieder aus. Und... Gott, hier hängt doch überall die Leute auf, ey. Schon ein bisschen krank. Das Putter bestimmt hin in seiner Kacka rum. Was mach ich mit dir? Soll ich dich da hinstelle? Achso, da kann ich drüber springen wahrscheinlich. Woll. Ob das jetzt war, weiß ich nicht. Und weiter geht's. Komm. Die Kist hier brauchen wir noch. Ordnungsgemäß hier in die Wand. Hey, hast ich gut gemacht. Witzig. Ich muss mal da Hebel ziehen, dann passiert da unten was. Ah, okay. Hab nicht kapiert. Ich werd die Tür hier nicht aufgehen, das muss ich uns Sinn haben. Haben ihr bestimmt wahrscheinlich alle gar direkt gesehen. Ich weiß. Ich natürlich nicht. Ich muss immer direkt probieren. Bam. Oh, jetzt kommst du, ne? Das ist, glaube ich, hier nur ein Zusatz. Irgendwas noch zu finden. Ah, was ist es? Eine alte Illustration der neuen Kreise der Hölle aus Dantes göttliche Komödie. Anscheinend hat der Klassiker dem Rattenmann beim Bau seiner Zuflucht als Inspiration gedient. Naja. Ich glaube, der war vorher schon bekloppt. Sehr schön. Und da mal wieder ein Loch. Ach, ne, Quatsch. Das kenn ich doch. Ach, ne, oder? Oh. Ah, ne, dann ist das ja hier praktisch. Ich guck ihn. Oh, ne, das gibt's doch nicht. Jungs, wir haben schon wieder Gewitter draus. Es schneit und es ist gleichzeitig Gewitter. Shit. Ich glaub, da mach ich hier mal ne Pause. Weil ich lass mir Rechner echt beim Gewitter nicht an. Also ich sieh, das geht momentan monstermäßig ab draus. Bei mir nicht. Das ist ein bisschen extrem. Okay, doch, muss ich, muss Rechner ausmachen. Okay, ich mach auf jeden Fall an der Stelle natürlich weiter. Ihr verpasst ja eigentlich da nix. Also, weißt du nicht, wo der da als nächstes speichert. Okay, wir sehen uns nach dem Gewitter wieder. So, Jungs und Mädels, und dann sind wir auch wieder. Gewitter vorbei. Ziemlich heftig, das hat geschneit wie bekloppt. Und dann noch schweres Gewitter dazu. Und ich bin grundsätzlich eigentlich immer direkt an der Rechner ausmachen. Ich hab mal nämlich mal ne Festplatte damit verrammelt. Und seitdem, grad mit dem großen Rechner hier, mach ich das nicht mehr. So, aber ist doch egal. Ihr habt hier so nicht mal da nix verpasst. Ich muss zwar wieder bis dorthin spielen. Und ich glaub, ich war hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das mir weitergeht. Ich folge dem mal. Also, ich bin jetzt eigentlich wieder... Ich hab jetzt alles gemacht. Jetzt bin ich aber wieder am Anfang irgendwie. Da war ich ja auch schon. Ah, okay. Warten wir hier. Nee, 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 irgendwas ist hier... Irgendwas ist hier nicht just. Irgendwie geht das hier nochmal. Man hat doch gar keinen Anhaltspunkt, wo man hin muss dann, ne? Passt auf, das ist hier der Punkt. Ja, hab ich schon probiert drüber zu springen. Das klappt nicht. Ich kann mal versuchen... Was ist da hinne noch? Na, die Kiste ist hier schon dort. Ah, die hat... Jetzt sitzt man an Zeilen. Okay, alles klar, alles klar. Er steht auch hier. Ja, das... Ist okay, aber passiert doch nix. Ich kann mich da nicht bewegen oder so. Da hat's doch irgendwas damit zu tun. Und da hinten, das Ding ist auch weiß. Oh... Oh... Oh Gott, wie simpel, ey. Mann. Das ist nur so ein kleiner Millimeter. Hier ist es. Schau mal auf die Fotografie. Es wird nicht schwierig, den Sonn der Waffe zu erkennen. Aber bemerkbar mit den anderen Menschen. Die Leben sind nur so gefährlich, wie der Tag. Ich würde mir geben, meine Waffe wieder an, Kollege. Okay, dann müssen wir erstmal da runterfallen. Was sind hier Bomben? Irgendeine Falle schon wieder. Diese Zeichnungen sind anders als die vorherigen. Sie beschreiben die Bombardierungen der Stadt zu Beginn der Epidemie. aus diesem Drecksloch da raus. Muss ich doch noch den Sohn suchen. Das ist gar kein Problem. Kann ich die abschießen? Nee. Shit. Macht aber nix. Da kommen wir locker drüber. Was ist doof, dass ihm der Schleuder da muss. Oh, 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 oh. Shit. Oh Gott, ich frick so viel bei dem Spiel, ey. Meine Fresse. Ich dachte schon, wie ich jetzt drüber gelaufen bin. Das sind doch Fallen. Dann war es schon zu spät. Springen kann ich nicht bücken? Nee, das läuft genau dort rum. Na, wollen wir mal probieren. Ich springe da mal drüber. Eigentlich gar nicht so schwer. Ach, du ahnst es nicht. Und jetzt? Als die Epidemie nach Seattle ausgebreitet hat, wollten die Leute irgendwas. Viele starben und kehrten dann zurück, um die wenigen Überlebenden zu fressen. Das Militär wollte die Schatten zurückdringen. Sieh dich um und dir wird klar, wie es ausgegangen ist. Guck mal, ob ich ein Jumpy empfangen, oder geht hier was irgendwo drauf schießen? Ah ja, da unten. Das sieht gerade stabil aus. Warte, ob es nochmal was? Warte mal, wenn ich da wohne hingehe, komme ich da wieder hoch? Ich bin erstmal da, da geht es bestimmt weiter. Oder es ist ein Secret, ich weiß es nicht. Oder hier ist ein Secret. Und was ist mit diesen Soldaten? Aber was ist mit diesen Soldaten, das neue Gesetz? Ich habe dir doch gesagt, wenn sich die Zeiten ändern, muss der Mensch sich anpassen. Wir alle treffen Entscheidungen, Mr. Wayne. Im Chaos kommt bei einigen ihre beste Seite zum Vorschein. Bei anderen, die schlimmste. Du musst dich beeilen. Ich sorge mich um die Sicherheit meines Sohnes. Und um die, die dir am Herzen liegen. Ja, warte mal, warte, geht doch mal hoch, hoch! Oh, ne, scheiße! Das ist das gesamte Druckplatte. Ich dachte jetzt nur das Ding. Ich würde mal wissen, was da unten kommt, man ja noch rein. Warte mal, ich komme nicht dort unten hin. Ne, scheiße! Warte mal, ich würde doch mal wissen, wenn ich jetzt das da anknalle. Okay, ich würde nämlich gehen wir ganz da unten hin. Da komme ich nicht mehr hoch, ne? Egal. Ich muss ja alles erforschen hier. Was hat der? Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet... Ka-Bianchi. Oh, super. So, jetzt, mein Freund. Wann machen wir jetzt? Ah, ich glaube, ich kann auf den Zug nochmal springen. Wartet mal. Jump! Yeah! Zack! Und jump! Komm, ich muss rüber. Und da... Untertitelung des ZDF, 2020